Hallöchen Leute! Ja, Akta. Euch hängt es wahrscheinlich genauso wie mir vorn und hinten zu allen Körperöffnungen raus, aber okay, trotzdem sollte man drüber reden und hier ist es also, das Anti-Akta-Video von mir. Ich habe jetzt nicht vor, euch Akta großartig in diesem Video zu erklären. In die Videobeschreibung werde ich euch zwei Videos verlinken, die das meiner Meinung nach sehr eindrucksvoll auf den Punkt bringen und sehr gut erklären und auch nochmal ziemlich deutlich machen, dass Akta nicht nur mit dem Internet zu tun hat. Wer das nach wie vor glaubt, hat eine Menge verpasst. Akta wird einen großen Einfluss haben, wenn das durchkommt, auch auf das öffentliche, alltägliche Leben und wie schon gesagt, schaut euch diese Videos an, dann werdet ihr sehen, worum es da tatsächlich geht. Was ich also mit diesem Video aussagen will, ist erstmal ganz klar, hiermit stelle auch ich mich in die Öffentlichkeit und sage, ja, auch ich bin gegen Akta. Das wäre das eine. Und das andere wäre, dass ich morgen, also am 11.02.2012, auch auf eine Anti-Akta-Demonstration gehen werde. So, ich wohne in Göttingen und in Göttingen findet diese Demo unter anderem statt. Treffpunkt ist am Gänseliesel und los geht der Marsch um 15 Uhr, ungefähr zwei Stunden. Man sollte entsprechend vorher da sein, finde ich. Also ich werde wahrscheinlich schon so um 14.00 Uhr, 14.30 Uhr dort aufschlagen und genau, über die entsprechende Facebook-Seite haben sich dort schon mehrere tausend Leute angemeldet. Das wird also sehr kuschelig, aber okay. Wenn ihr mich erkennen solltet, dann dürft ihr mich gerne ansprechen und mit mir zusammenlaufen. Würde mich auch sehr freuen, weil, so wie es aussieht, werde ich auch alleine sein. Meine Freundin muss leider arbeiten und auch meine restlichen Kumpels hier aus Göttingen, die sind gerade alle irgendwie, naja, machen irgendwie was anderes, sind nicht da. Und gut, ich gehe trotzdem hin. Genau, so. Natürlich wird es auch in euren Städten Anti-Akta-Demos geben. Das macht nicht nur Göttingen. Morgen, der 11.02. ist der große Demo-Tag in der Akte Akta. Und ja, gebt einfach bei Google ein, Demo, Akta und den Namen eurer Stadt oder eures Dorfes und ihr werdet feststellen, dass wahrscheinlich in einem Umkreis von weniger als 50 Kilometern irgendwo eine Demo sein wird. Und das finde ich auch ziemlich gut, dass da so viel passiert. Ja, also, dann noch ein aktueller Stand. Es ist ja so, dass Akta mitunter auch eine Entscheidung der EU ist. Nicht nur, da hängt noch ein bisschen mehr dran, aber die EU so. Und bei der EU ist es so, dass alle EU-Länder natürlich ihre Stimme abgeben und dann entscheidet halt die Mehrheit. Deutschland hat sich heute entschieden, Akta nicht zu unterzeichnen. Hat aber auch, er sagt, vorerst. Ich denke, das hat damit zu tun, dass die genau wissen, dass eben jetzt am 11., also morgen, diese Demos stattfinden. Die wollen die Sache jetzt ein bisschen runterköcheln. Das kann gut sein, dass wenn das Ganze hier, wenn der Protest ein bisschen abklingt, dass das dann trotzdem unterschrieben wird. Also lasst euch da nicht blenden. Protestiert auf jeden Fall. Wenn ihr nicht auf Demos gehen wollt, dann unterzeichnet auf jeden Fall die entsprechenden Petitionen. Und auch da setze ich nochmal Link in die Videobeschreibung. Ja, damit wäre auch eigentlich alles gesagt, was ich jetzt sagen wollte. Ich bringe es nochmal kurz auf den Punkt. Ja, auch ich bin gegen Akta. Ja, wer Akta, wer noch nicht genug weiß darüber, sollte sich die Videos auf jeden Fall anschauen. Die entsprechenden Petitionen unterzeichnen. Und ja, auch ich bin morgen auf einer Demonstration. Und genau, vielleicht sieht man sich. Alles klar, bis dann. 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 Alles klar, bis dann.